Ich bitte Sie für diesen ganz besonderen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Mit wem redet denn der? Keine Ahnung, wachst du wahrscheinlich selber nicht. Die grandiose Eröffnung des Dampfes! Was ist das? Woher kommt der See plötzlich? Wer wollt? Er ist überschwemmt! Alles ist dicht, doch ich fürchte mich nicht, nicht mit euch. Und wenn mal alles schief geht und nichts mehr zusammenpasst, denk doch an, dass du mit uns die allerstärksten Freunde hast. Keine Sorge, Hase. Kapitän Fuchs wird uns retten. Jetzt machen sich Fuchs und Hase auf. Volle Kraft voraus. Um herauszufinden, woher das Wasser kommt. Ratten, wartet mal! Wir sind keine Ratten, wir sind Piraten. Piraten! Achtung! Das große Abenteuer Wo sind wir? Kann beginnen. Hier ist das beste Zuhause der Welt. So viel Wasser! Die Überschwemmung kommt durch deinen Damm, du musst ihn sofort wegmachen! Auf keinen Fall! Schnell! Oh, ha! Fuchs und Hase retten den Wald. Ich kann ein super Party spielen! Pass auf, Fuchs! Bald im Kino Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.